Servus Freunde, was geht ab? In diesem Video möchte ich euch zeigen, wo ihr den Geheimbänder der Woche 6 finden könnt. Wenn euch mir ein Video gefällt und auch geholfen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, lasst doch auch ein Abo da und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Damit bleibt ihr stets am Laufenden und ich wäre euch mega dankbar. Als Abonnent bekommt ihr von mir jeden Morgen die neuen Shop-Videos, ohne euch einloggen zu müssen. Ihr bekommt die Lösung zu den Wochenaufgaben und könnt an meinen zahlreichen Verlosungen teilnehmen. Und noch viel mehr. Es kommt noch einiges mehr Leute. Ist doch fett, oder? Na ja, denk schon. Los geht's! Okay Freunde, ich habe euch hier die Location markiert. Ihr seht, das ist hier bei diesem mexikanischen Dorf in dieser Wüstengegend. Ja, es ist gar nicht mehr so schwer zu finden. Es ist da, wo die Fahrzeuge quasi so eine Krone bilden. Und dort befindet sich auch gleich das Wappen, beziehungsweise dieser Banner. Wenn ihr Glück habt, habt ihr dann auch so eine Kiste, so eine leckere. Nehmen wir mal eine Waffe, falls einer hier auftaucht. Und hier wäre der Banner dann, ups, falsch. Da wäre der Banner. Okay, einfach reinsammeln und somit hättet ihr die Aufgabe gelöst. Okidok. Ich hoffe, ich habe euch helfen können. Wie gesagt, aktiviert die Glocke, abonniert und somit seid ihr dann immer dabei, wenn es die Auflösung gibt. Gut Freunde, da wünsche ich euch was. Haut rein. Ciao, ciao. Gut Freunde.